Horoskop für heute, Krebs, 26. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zuliebe Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Mars durchläuft Ihr Zeichen und weckt Ihren Tatendrang. Heute harmoniert Mars mit Uranus und es kann angebracht sein, Freundschaften zu fördern oder zu schließen. Alternativ können Sie durch langfristige Projekte, die Sie beleben und begeistern, etwas Vorwärtsdynamik und Motivation gewinnen. Der Wunsch, einzugreifen oder korrigierende oder fortschrittliche Maßnahmen zu ergreifen, ist jetzt angenehm intensiv und Sie befinden sich im Zentrum der innovativen Energie des Tages. Andere reagieren positiv auf Sie, was Sie in eine hervorragende Verfassung für Networking, gemeinsame Aktivitäten und Kommunikation bringt. Persönliche Gelegenheiten können sich durch Gruppenaktivitäten oder Freunde oder sogar Freunde von Freunden ergeben, die Sie besonders beeindruckend finden. Heute ist ein Fünf-Sterne-Tag für heiße, sexy Zeiten. Während der mächtige Mars, der rote Planet des Sex und der Leidenschaft, weiter durch Ihr Sternzeichen gleitet, wird er in einem Sextil zum elektrischen Uranus blicken, der sich jetzt in Ihrem Solaraus der Freundschaften und des Online-Dartings dreht. Das garantiert jede Menge kosmische Leckerbissen in Sachen Sex und Liebe. Es ist an der Zeit, Experimente, freche Spielzeuge und Fetische zur obersten Priorität im Schlafzimmer zu machen. Sagen Sie Ihrem einen und einzigen, dass Sie bereit sind, tief und schmutzig zu werden. Wenn Ihr Mut und Ihre Frechheit zunehmen, ist es an der Zeit, aus Ihrem Schneckenhaus herauszukommen. Wer wird eine unwahrscheinliche Reaktion auslösen? Jemand aus Ihrem beruflichen Umfeld könnte Sie dazu bringen, anders zu handeln, wenn Mars in Ihrem Zeichen im Sextil zu Uranus im Stier steht. Sie könnten bei der Arbeit unentschlossen gewesen sein, beispielsweise bei der Verfolgung eines Traums. Wenn Sie es am wenigsten erwarten, könnte Sie jemand aus Ihrem beruflichen Umfeld dazu inspirieren, etwas zu unternehmen. Vielleicht hören Sie durch die Gerüchteküche etwas über den immensen Erfolg einer anderen Person, nachdem sie ein Risiko eingegangen ist. Kollegen könnten auch online über Ihre jüngsten Unternehmungen posten, was Sie in Schwung bringen könnte. Zögern Sie nicht und werden Sie aktiv. Ihre Träume von einer besseren Welt werden kristallklar sein, solange die günstige Planetenkonstellation anhält. Bringen Sie Ihr inneres und äußeres Leben mit ausgiebiger Bewegung ins Gleichgewicht und Sie haben eine bessere Chance, diese Träume zu verwirklichen, angefangen mit Ihrem eigenen Leben. Seien Sie ein Beispiel für das, was Sie für die Welt wollen. Wenn Sie eine gesunde Welt wollen, warum seien Sie dann nicht das Musterbeispiel für Gesundheit in Ihrer eigenen Welt? Beginnen Sie damit, Ihre tägliche Wasseraufnahme zu verdoppeln. Sie müssen die Bemerkungen Ihrer Kollegen unbedingt berücksichtigen. Ihre Meinungen erweisen sich oft als sehr gewinnbringend für das Unternehmen. Darüber hinaus müssen Sie sich ab sofort auf unerwartete Situationen einstellen. Ihre instinktive Persönlichkeit und Kreativität sollten Sie nicht daran hindern, Verantwortung zu delegieren und sich an neue Situationen anzupassen. Sie befinden sich in einer Phase schwacher Schwingungen und das Einzige, was Ihnen helfen wird, die aktuellen Schwierigkeiten zu lösen, ist ein sehr guter Zuhörer zu sein. Während sich nicht nur die Dinge im Job und in der Karriere verbessern, sondern elf Tage vor der Rückkehr des Mars in Ihren Einkommenssektor die letzten Monate des Jahres zu den potenziell lukrativsten machen, stärken Sie auch die spielerische, kreative und abenteuerliche Seite des Lebens. Selbst wenn der Mond seine letzten Stunden nicht in einem freundlichen Aspekt zu Planeten in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops im Krebs verbringen würde, während die Sonne ihren ersten vollen Tag in einem spielerischen und kreativen Teil verbringt, wäre dies der Fall. Das letzte, was der Mond tun wird, bevor er heute den Krebs verlässt, ist ein Zusammenstoß mit Pluto, zum letzten Mal, bevor der Planet der Veränderung und Transformation nächsten Monat ihren Beziehungssektor verlässt. Zur gleichen Zeit, während die Sonne ihren ersten vollen Tag in ihrem romantischen Sektor verbringt, ist dies ein Zusammenstoß, der Sie daran erinnern kann, was Sie von Ihren Beziehungen wollen und was Sie von ihnen brauchen, während Sie die Mittel haben, Dinge zu ändern. Täglicher Planetenüberblick Der heutige Tag bringt einen kräftigen Energieschub, der Sie einlädt, Ihre kreative und handlungsorientierte Seite zu entdecken, dank Mars im Krebs, der ein harmonisches Sextil mit dem rückläufigen Uranus im Stier bildet. Diese kosmische Kombination ist wie ein Ausbruch der Inspiration, der Sie dazu auffordert, die Dinge aufzurütteln und einen frischen Ansatz zu verfolgen. Wenn Sie normalerweise jemand sind, der lieber beim Bewerten bleibt, könnte sich der heutige Tag ein wenig anders anfühlen. Sie könnten sich dabei ertappen, wie Sie den weniger befahrenen Weg betrachten und den Drang verspüren, ihn zu erkunden. Und wissen Sie was? Dort geschieht die Magie. Betrachten Sie diesen Moment als eine Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren, sei es in Ihrem Berufs-, Privatleben oder einfach in Ihrem Alltag. Sie müssen keine großen, lebensverändernden Veränderungen vornehmen, aber ziehen Sie in Erwägung, einen kleinen Schritt aus Ihrer Komfortzone herauszuwagen. Haben Sie schon einmal den kleinen Anstoß verspürt, etwas zu tun, was Sie normalerweise nicht in Betracht ziehen würden, nur um später festzustellen, dass es zu unglaublichen Ergebnissen geführt hat? Das ist die Energie heute. Etwas so Einfaches wie die Anpassung Ihrer üblichen Methode oder das Ausprobieren eines neuen Ansatzes könnte eine innovative Idee auslösen oder zu einem Durchbruch führen. Dies ist Ihre Chance, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Vielleicht liegt es daran, wie Sie ein Problem bei der Arbeit angehen, wie Sie mit anderen kommunizieren oder sogar wie Sie Ihren Tag organisieren. Die Energie von Mars und Uranus steht für Aktion gepaart mit Innovation, also haben Sie keine Angst zu experimentieren. Fühlten Sie sich in letzter Zeit ein wenig festgefahren? Der heutige kosmische Schub könnte genau das sein, was Sie brauchen, um aus diesem Trott auszubrechen und etwas auszuprobieren, das Sie auf die bestmögliche Weise überrascht. Aber die heutigen astrologischen Einflüsse haben mehr zu bieten, als nur neue Ideen hervorzurufen. Auf einer tieferen emotionalen Ebene stellen Sie vielleicht fest, dass etwas aus Ihrer Vergangenheit unerwartet auftaucht. Es könnte eine Situation sein, von der Sie dachten, Sie hätten sie vollständig verarbeitet, oder eine Person, der Sie schon seit einiger Zeit aus dem Weg gegangen sind. Haben Sie schon einmal dieses Gefühl erlebt, wenn eine scheinbar zufällige Begegnung oder ein Gedanke Emotionen hervorruft, von denen Sie nicht wussten, dass sie noch vorhanden sind? Es kann Sie unvorbereitet treffen, und die Energie des heutigen Tages verstärkt dieses Gefühl. Anstatt sich von diesen Gefühlen überwältigen zu lassen, betrachten Sie diesen Moment als eine großartige Chance zum Wachstum. Dies ist Ihre Chance, anders zu reagieren und sich über alle alten emotionalen Muster zu erheben, die Sie in der Vergangenheit möglicherweise zurückgehalten haben. Stellen Sie sich dies als Ihren persönlichen kosmischen Neustart vor, einen Moment, in dem Sie die Geschichte neu schreiben und diese Emotionen aus einer neuen Perspektive betrachten. Ja, es mag sich zunächst schwierig anfühlen, aber denken Sie daran, dass Sie gewachsen sind und die Kraft haben, die Dinge auf eine neue, selbstbewusstere Weise anzugehen. Denken Sie an eine Situation zurück, in der Sie in einem heiklen Gespräch Ihren Standpunkt vertreten haben. Vielleicht war es nicht einfach, aber Sie haben es geschafft, sich klar auszudrücken und ruhig zu bleiben, auch wenn die Diskussion schwierig war. Wie haben Sie sich danach gefühlt? Es ist zutiefst befriedigend, sich selbst treu zu bleiben, und heute steht Ihnen dieselbe Energie zur Verfügung. Die Sterne stehen günstig, um Ihnen zu helfen, selbst in emotional aufgeladenen Situationen klar und selbstbewusst zu kommunizieren. Vielleicht erreichen Sie nicht sofort eine perfekte Einigung, und das ist in Ordnung. Kompromisse kommen nicht immer schnell zustande, aber mit Geduld und klarer Kommunikation sind die Chancen hoch, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Überstürzen Sie den Prozess nicht. Vertrauen Sie darauf, dass Sie Fortschritte machen, wenn Sie sich Zeit nehmen und fest zu Ihrer Wahrheit stehen, auch wenn es sich ein wenig langwierig anfühlt. Denken Sie daran, es geht nicht nur um das Ergebnis, sondern auch darum, wie Sie den Weg dorthin bewältigen. Deshalb möchte ich Sie heute dazu ermutigen, sowohl die handlungsbezogene als auch die emotionale Seite dieser Energie zu akzeptieren. Machen Sie diesen inspirierten Schritt in Richtung etwas Neues, und wenn Emotionen aus der Vergangenheit wieder auftauchen, begrüßen Sie sie als Teil Ihres Heilungsprozesses. Heute gibt es ein unglaubliches Wachstumspotenzial, sei es in der Art und Weise, wie Sie Ihre Ziele angehen, wie Sie mit anderen interagieren oder wie Sie mit alten Bunden umgehen. Sie schaffen das!